Was ist Nicht-Binarität? Diese beiden Planeten stehen für das binäre Geschlechtsverhältnis, das unsere heutige westliche Welt beherrscht. Der eine ist weiblich und der andere männlich. Stellt euch nun vor, dass jeder andere Planet im Universum eine andere Geschlechtsidentität repräsentiert als diese zwei. Einige Planeten haben möglicherweise Ähnlichkeiten mit diesen beiden binären Planeten. Andere sind eine Mischung von beiden, sind in sich in Bewegung oder sind etwas völlig anderes. Nicht-Binarität ist also ein Oberbegriff für alle Geschlechtsidentitäten, die nicht in die männliche oder weibliche Binärform fallen und auch eine Geschlechtsidentität an sich. Es gibt sowohl sehr alte als auch sehr neue Geschlechtsidentitäten, die nicht in das binäre System passen. Mehr als zwei Geschlechter zu leben, ist so alt wie das Universum selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017